Grüß euch Alpin-Freunde! Heute sind wir vom Fischlein-Tall über die drei Zinnenhütte über den Sepp Inno-Kufler-Steig auf den Patern-Kufl gegangen. Wir werden dann weitergehen über den Friedensweg um mich auf die Ziesk-Monde-Hütten. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen vom Video. Und wenn es euch gefallen hat, wird man sich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst und ein Daumen hoch. Prost! 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 Schwerbung... Musik Nach 25 Minuten sind wir bei einer Tarschlusshütte angekommen, da hätten wir die Möglichkeit, dass man links rauf geht, zu Süsskmondi, da werden aber mich runtergekommen, wir gehen jetzt zu rechts, Richtung Drei Zingenhütte, in 2 Stunden 40 Städte. Oh, jetzt müssen wir wieder, müssen wir wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da oben ist der Monte Paterno, unser heutiges Ziel. So, und jetzt haben wir gesagt, kaufen wir uns mal einen Kaffee in der Hütte. Für uns geht jetzt hier den Innenkufler-Steig rauf auf die Paternkuche. Wir müssen hier mal den Grat rauf und dann kommt gleich mal der Tunnel-Einstieg. Gute 5 Minuten gehen wir jetzt von der Hütte und jetzt geht's rein. Unter Tage. Gute 5 Minuten gehen wir jetzt von der Hütte und dann schlafen wir jetzt das ganze Früh drauf. Musik 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 Das Messer von der Lucke. Die erste Schlüsselstelle. Die erste Schlüsselstelle. Die erste Schlüssel. Die So da, jetzt sind wir angekommen auf der Baterenschapen. Unser Weg geht doch recht saftig. Das sind die anderen Kuschelbären. So, Gipfelsturm. Fünf Minuten sind wir rum. So, jetzt geht's nochmal. Das war's. Wir sind schon wieder auf der Scharten, zumindest mit den letzten paar Wetterabendung. Wir sind von da oben zuerst angekommen und unser Weg geht jetzt dann da weiter Richtung Bülalajoch hinten um die Skande. Bis zum nächsten Mal. Ja, hinter mir ist ein Zeppertierenkumpelsen. Da waren wir zuerst da oben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Die letzten Stellen, die sie auch versichert sind, nehmen wir da die scheiß Lücke hier runter und rennen wieder rauf und dann werden wir uns die Helme wieder abmontieren. 14, 26 Da werden wir uns jetzt was zum Schnabolieren kaufen. Ich denke, ja, werden wir in eine Viertelstunde dort sehen. Ja, gut, ich denke, 20 Minuten sind wir unterwegs seit der Bülalajoch-Hütten. Ich denke, wir werden in 10 Minuten Parazis-Gwunde-Hütten vorbeikommen. Da werden wir nichts mehr einkehren. Wir müssen runter ins Tal, zurück zum Ausgangspunkt, Richtung Fischleintal. Ja, und dann wäre es das wieder gewesen für heute. Ich finde, es war heute wieder eine recht liebe Geschichte. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir sehen uns bei der nächsten Bergtour hoffentlich wieder. In diesem Sinne. Für dich.